Hey, heute zeige ich euch die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen für WhatsApp, Instagram, TikTok und Snapchat. Los geht's! In WhatsApp könnt ihr eure Privatsphäre einstellen, indem ihr oben auf die drei Punkte geht, dann auf Einstellungen geht und dann auf eure Account-Einstellungen. Hier klickt ihr noch auf Datenschutz und los geht's! Zunächst einmal muss nicht jeder, der eure Handynummer hat, ja direkt wissen, ob ihr online seid. Das könnt ihr also auf Meine Kontakte umstellen. Das gleiche gilt auch für das Profilbild. Jeder, der eure Handynummer hat, kann das in dieser Einstellung sehen. Das heißt, klickt am besten auf Meine Kontakte, dann können nur die euer Bild sehen. Diese kleine Info kennt ihr vielleicht, da haben die meisten nur sowas drinstehen wie Ich nutze WhatsApp. Aber auch da könnt ihr einstellen, wer das alles sehen kann. Und beim Status gibt's noch ein paar weitere Möglichkeiten. Ihr könnt da nicht nur sagen, meine Kontakte können das sehen, sondern zum Beispiel auch, dass ihr bestimmte Personen ausschließen wollt oder vielleicht sogar nur mit euren besten Freunden teilen wollt. Noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt die Lesebestätigungen ausstellen, so werden diese blauen Häkchen nicht mehr angezeigt und ihr kriegt vielleicht keine genervten Fragen mehr danach, warum ihr nicht schon längst auf eine Nachricht geantwortet habt. Viel Erfolg beim Selbereinstellen! Um eure Privatsphäre in Instagram einzustellen, geht ihr auf euer Profil, dann oben auf die drei Striche und dann auf Einstellungen. Jetzt seht ihr schon das Wort Privatsphäre mit dem kleinen Schloss. Da geht ihr drauf und los geht's. Mein wichtigster Tipp an euch, stellt euer Konto auf Privat. Damit könnt ihr eure Inhalte davor schützen, dass sie jeder im Internet einfach sehen kann. Außerdem könnt ihr unter Aktivitätsstatus einstellen, dass nicht jeder sehen kann, wann ihr online seid oder wann ihr zuletzt online wart. Bei den Einstellungen zur Story finde ich total praktisch, dass man einstellen kann, dass nicht jeder diese Story einfach weiter teilen kann. Klar, Screenshots kann man immer noch machen, aber zumindest seid ihr etwas davor geschützt, dass nicht jeder einfach eure Inhalte weiter verbreitet. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr irgendwo markiert wurdet, wo ihr gar nicht markiert werden wolltet. Hier könnt ihr einstellen, dass das nicht automatisch hinzugefügt wird, sondern ihr erst gefragt werdet, ob ihr diese Markierung überhaupt haben wollt. Praktisch sind auch die Einstellungen zu den Kommentaren. Hier könnt ihr Kommentare von bestimmten Personen einfach blockieren oder auch dafür sorgen, dass beleidigende Kommentare euch gar nicht angezeigt werden. Viel Erfolg beim Selbereinstellen! In TikTok findet ihr eure Privatsphäre-Einstellungen, indem ihr auf euer Profil geht und dann oben auf die drei Punkte klickt. Dann geht ihr auf Privatsphäre und Sicherheit und habt alles vor euch, was ihr braucht. Mein wichtigster Tipp an euch, stellt euer Konto auf privat. So kann nicht jeder sehen, was ihr veröffentlicht und ihr habt da ganz die Kontrolle drüber. Außerdem könnt ihr auch entscheiden, dass nicht andere euch abfinden können, dann schlägt TikTok euch nicht anderen vor. Ihr könnt auch entscheiden, wer Kommentare zu euren Veröffentlichungen schreiben darf. Und ihr könnt auch verschiedene Einstellungen machen, die nur dann Sinn machen, wenn ihr ein öffentliches Konto habt. Zum Beispiel könnt ihr sagen, dass nicht jeder auf euch reagieren kann. Oder auch, dass nicht jeder ein Duett mit euch auffüllen kann. Noch ein letzter Tipp. Ihr könnt Kommentare auch filtern. Nutzt diese Möglichkeit, wenn ihr immer wieder Kommentare zu Themen kommt, die ihr eigentlich nicht haben wollt. Viel Erfolg beim Selbereinstellen! In Snapchat findet ihr die Einstellungen unter dem Zahnrad oben rechts. Dort scrollt ihr runter, bis ihr zu dem Übepunkt, wer kann Punkt wo Punkt kommt. Schauen wir uns die drei wichtigsten einmal an. Wer kann euch kontaktieren? Wer kann eure Storys anschauen? Und ganz wichtig, weder eure Freunde, Bekannte noch Fremde sollten ständig sehen können, wo ihr unterwegs seid. Das kann schließlich auch gefährlich werden. Nutzt lieber den Geist-Modus, um den Standort auf der Karte zu verbergen. Viel Erfolg beim Selbereinstellen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.